Julian Assange, 39 Jahre alt, seit 16. Dezember 2010 aus dem Gefängnis auf Kaution entlassen. Ein Mann mit vielen Gesichtern. Für die einen ein Held der grenzenlosen Information, für die anderen ein Verräter. Jede Veröffentlichung hat auch diese Botschaft. Wenn sich jemand unmoralisch oder ungerecht verhält, werden wir das herausfinden. Es wird veröffentlicht und es wird Konsequenzen haben. Wikileaks – Rebellen im Netz. Heute um 21 Uhr bei Phoenix.